Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem neuen Part von Let's Trade and Sell, Dengu-Hus kleine Tausch- und Verkaufsecke. Dieses Mal werden wir einen Brief nur aufmachen, im Gegensatz zu den letzten Malen, da nur ein Brief angekommen ist. Ich habe ihn schon mal aufgerissen und zerfetzt, da das wieder super viel Klebeband war. Schauen wir mal, was da so schönes drin ist. Man sieht schon eine Hyrule, eine Blue Eyes Ultimate Dragon Hyrule. Und da sieht man schon eine Karte, und zwar Max C in Secret Rare. Oh yeah, ich mag diese Hardcase-Dinger, muss ich sagen. Ich finde die cool. Da sind natürlich noch mehr Karten drin und wir schauen mal rein, was da alles bei ist. Ich dachte gerade, was ist... Ich dachte gerade, hier ist ein fetter Kratzer, das gehört zum Bild dazu. Wir haben hier einmal Max C. Einbeschwörer-Mönch in Ultra Rare finde ich sehr geil, da ich mein Deck ja mehr auf Ultra Rare aufbauen will. Dann haben wir Zeichen der Hysterie. Einmal und zweimal, das heißt, die sind weg. Trügelscher-Spieldrache der Harpien. Und das war's. Diese Karten, super geil, mega gut, dass ich die jetzt schon habe. Der Brief für ihn geht natürlich jetzt auch raus. Und ja, das ist cool, das gefällt mir, so muss das laufen. Und wir werden einfach mal schauen, dass wir baldmöglich irgendwie hier jetzt mein Deck fertig kriegen. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Oder ja, wir sind ja mitten dabei. Gut, ähm, im Anschluss zeige ich euch nochmal die Wands, die ich jetzt im Moment habe. Falls ihr noch was ertauschen möchtet oder was davon habt oder haben möchtet. Oder keine Ahnung, ja, was... Ich zeige euch mal meine Wands und dann werden wir weitersehen. Also, bis gleich. So, damit wären wir bei meinen Wands. Ich suche noch unbedingt Spieldrache der Harpien, zweimal Harpien-Queen. Obwohl, ja, im Moment suche ich die noch. Kann aber sein, dass die jetzt bald weg sind, weil ich habe da noch einen Trait am Laufen. Aber im Moment sind die noch offen. Zwei Kanalisiererinnen ganz dringend, eine Tänzerin und einen Wiedergeburts-Golem. Dazu suche ich noch, ähm, jetzt kommen wir zu den Seltenheitsklassen. Den Dark-Armed Dragon in Secret Rare oder auf jeden Fall seltener als Super Rare. Möbius in Ultimate, Kaios in Ultimate und, äh, Reiser in Ultimate. Die beiden auch in, ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss nochmal gucken, in welcher Seltenheitsklasse die es gibt. Auf jeden Fall seltener als Super Rare, nicht Starfall, Mosaik oder Black Rare oder sonst irgendwas. Nur Super Ultra, Secret, äh, Ultimate, je nachdem, was es da von den Glitzer-Glitzer gibt. Thunder King Reihe, oh, läuft im Moment auch ein Trade. Der ist noch nicht angekommen, aber sobald er ankommt, wird der auch hier rausgehen. Aber im Moment ist er noch hier mit drin. Ein Beschwörer-Mönch noch. Dreimal Card Card D in Secret Rare. Max C ist auch noch einer offen, der wird auch bald kommen. Ansonsten suche ich den auch in Secret oder in Super Rare. Dann Baumfrosch zweimal in Ultimate, dreimal Topf der Gegensätzlichkeit in, ähm, Secret oder Ultra Rare. Mystischer Raum-Typhoon nur in Ultra Rare, weil ich mag die Secret Rares davon nicht. Ich will nur Ultra Rare davon haben. Und, ähm, heimtückische Fallgruppe in Secret Rare. Jetzt kommen wir zu den Exceed-Monstern. Ich suche Nummer 11, Großes Auge dreimal, Nummer 101, Lautlose Ehre, dreimal den Wolf, dreimal Chidori, zweimal Laval-Chain, ne, Laval-Kette, einmal den Cowboy, zweimal Alucard, dann hier eine betäubende Magierin, dreimal das Mecha-Phantom-Ungoyer-Draco-Sack, dreimal, ähm, Gaia-Drache, der Donnerangreifer, zweimal der Edelstein-Ritter-Perle, zweimal Photon-Photo, Schiffhalter-Agent, zweimal das Nummer 50 schwarzes Mais-Schiff und zweimal Daigusto-Emeral. Das sind die Karten, die ich im Moment suche. Und dann suche ich auch noch, ähm, die Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5-Ds Dual-Disc. Ich habe das ausprobiert mit der Yu-Gi-Oh! Battle-City Dual-Disc, mit den, äh, kleinen Höhlen, die ich auch gesucht hatte, aber das passt leider nicht, deswegen ist das auch wieder irrelevant. Also nicht mehr, äh, das, was ich suche. Von daher, Leute, das ist das, was ich suche und ich hoffe, wir, ähm, wir traden weiter. Ihr seid die Geilsten, im Moment klappt das echt super mit euch. Ich freue mich und ich freue mich auf die nächsten Trades. Also, haus rein, haus rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku-Senpai!